Träumst Du noch Dein Leben oder lebst Du Deinen Traum? Ich glaube, diese Frage stellt sich jede Frau oder zumindest ganz, ganz viele Frauen, wenn sie in der Lebensmitte ankommen, weil wir dann feststellen, dass das Leben endlich ist und wir wollen diese Zeit, die noch vor uns liegt, sinnvoll nutzen, sodass wir am Ende unseres Lebens sagen können, dass wir ein sinnvolles, ein erfülltes Leben gelebt haben. Und genau dazu möchte ich Dir heute ein paar, wie ich finde, schöne Gedanken, schöne Worte, Zeilen teilen. Und zwar sind die nicht von mir, sondern von einem Mann, die er kurz vor seinem Tod zu Papier gebracht hat. Und da freue ich mich sehr, dass ich sie mit Dir teile und sage Hallo und herzlich Willkommen bei Meno Cool, der Podcast für Deine wirklich coole Meno-Pause. Ich bin Petra Orzech, studierte Ernährungswissenschaftlerin, Yoga-Lehrerin, Autorin, Journalistin und Gründerin der Meno-Detox-Kur, der Online-Live-Kur für eine gesunde, schlanke und energievolle Meno-Pause. Die Idee für die Meno-Detox-Kur ist durch meine eigenen Erfahrungen und Herausforderungen mit der Meno-Pause gekommen. So kannst Du Dich hier im Meno Cool Podcast auf inspirierende Informationen, fundiertes Know-How sowie meinen persönlichen Tipps und Erfahrungen für eine wirklich coole Meno-Pause freuen. Und wenn Dir diese Folge gefällt, bitte ich Dich sei so lieb und gebe mir eine Bewertung bei iTunes, denn so weiß ich, dass ich meine Sache gut mache und Dich auf Deinem Weg begleite. Prima, dann lass uns loslegen. Jetzt hast Du gerade gehört, dass ich mich extrem viel mit Ernährung beschäftige, mit der Meno-Detox-Kur, die ich entwickelt habe und jetzt dieses Thema mit den Träumen, mit dem Leben. Da fragst Du Dich bestimmt, wie kommt die Petra denn jetzt da drauf? Natürlich sind es auch Themen, die mich beschäftigen. Inspiriert worden zu diesem Thema, eine Podcast-Folge aufzunehmen, bin ich von Gela, Gela Löhr, das ist die Chefredakteurin von Lemon Days, das ist ein Online-Magazin für reife, moderne Frauen, die mitten im Leben stehen und ich bin selbst auch Teil des Redaktionsteams, schreibe Rezepte, entwickle Rezepte für Lemon Days, produziere Yoga-Videos und gebe da mein Know-how weiter. Und die Gela hat zu einer Blog-Parade aufgerufen, eben zu diesem Thema, träumst Du noch Dein Leben oder lebst Du Deinen Traum? Und da ich ja diesen Podcast habe und ich mir auch darüber Gedanken mache, dann teile ich mal meine Gedanken, beziehungsweise, wie ich Dir ja schon gesagt habe, ein paar Worte von jemand anderem, die ich sehr schön dazu finde, die, wie ich finde, also für mich jedenfalls dieses Thema, diese Sache nochmal auf eine weitere Ebene bringen. Ich glaube, mein Empfinden ist, wenn wir in die Lebensmitte kommen, dann, was ich eben auch am Anfang gesagt habe, haben wir immer diese, dass wir spüren, es ist endlich. Und so häufig haben wir dann wirklich diesen Wunsch zu schauen, welche Träume haben wir noch, was wollen wir leben. Im Umfeld sind auch einige, die so Bucketlisten haben, vielleicht hast Du auch sowas, dass Du sagst, okay, das und das möchte ich noch erleben, das möchte ich noch umsetzen. Und ich finde das wunderbar und gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu gucken, ist das wirklich, also ist das auch so ein Verwirklichungs-, in Anführungszeichen, vielleicht Zwang, dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch irgendwas machen und bekommt nochmal so, so ein Schub und wie, also das finde ich ganz, ganz wichtig, da wirklich in sich zu schauen, was für ein wirklich, wirklich wichtiges Superhilftes da ins Herz zu gehen. Es gibt ja wunderbare Meditationen in dem Bereich, um zu schauen, was will ich und nicht, dass ich denke, oh, ich muss noch was machen, damit ich ein gewisses Ansehen habe, damit ich auch was Handfestes habe. Ich glaube, Du weißt, was ich meine. Das finde ich ganz wichtig, sich zu fragen. Und was ich, ich, ich ganz, oder was mir zu diesem Thema gekommen ist, lebst Du Deine Träume? Für mich sticht dieses Wort Leben so in den Vordergrund, weil ich gehe dann praktisch ans Ende meines Lebens und denke, was möchte ich denn gelebt haben, was möchte ich erleben? Also dieses Erlebthaben passt super. Also dieses Gespürthaben war ich in dem Moment. Und für mich sind das sehr häufig, ich weiß nicht, ob Dir das auch so geht, in Anführungszeichen kleine Momente, kleine, feine Momente, so magische Momente, die mich sehr bewegen und die für mich sind, die gar nicht so ins Äußere gehen. Aber ich habe mich da gespürt, ich habe das Leben gespürt. Und wenn ich das spüre, dann ist das so ein bisschen in der Art wie meinen Traum leben. Ich hoffe, dass ich Dich auf meine Gedanken so mitnehmen kann, was ich empfinde, was ich damit ausdrücken möchte. Und dieses Träume leben, ich glaube, das können wir auch ganz weit runterbrechen. Also so ganz kleine Dinge. Und da, ich habe eine Postkarte, ich habe die bestimmt schon zehn Jahre und die ist mir, eben zu diesem Thema, ist sie mir irgendwie in die Hand gefallen. Solche Momente kennst Du sicherlich auch. Und da dachte ich, wie spannend, wie schön. Und deswegen möchte ich das einmal, werde ich Dir jetzt hier vorlesen, diese Zeilen. Und zwar ist das von einem argentinischen Schriftsteller. Der hat eine Vielzahl von fantastischen Erzählungen und Gedichten verfasst. Und das, was ich Dir jetzt vorlese, das hat er im Alter von 85 Jahren geschrieben, kurz bevor er gestorben ist. Er wusste, dass er bald stirbt. Und er heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Georges Luis Borges. Und das, was er geschrieben hat, heißt, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte. Im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren. Würde mehr reisen. Sonnenuntergänge betrachten. Mehr Bergsteigen. Mehr in Flüssen schwimmen. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude. Aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, viel mehr gute Augenblicke zu haben. Falls Du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben. Nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Ich finde es so schön, diese Zeilen. Und die inspirieren mich wirklich immer wieder und auch immer öfter wirklich zu schauen, diese Augenblicke zu entdecken in meinem Leben. Und weil das sind auch, glaube ich, dieses, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, hat für mich ja auch etwas wie mit einem Traum zu tun. Wenn ich das Leben noch einmal leben könnte, dann würde ich barfuß gehen. Ich würde mehr Dinge riskieren, was natürlich auch mit dem Traum zu tun hat. Ich glaube, diese Perspektive in die Zukunft und dann zurück in die Gegenwart, diese Chance haben wir einfach. Wir können ja schauen. Wenn ich jetzt so alt wäre, 90, 100, weiß nicht, wie alt du werden möchtest, dann werden wir uns da einmal hineinversetzen und denken, wie würde ich mein Leben leben, wenn ich es noch einmal leben könnte. Und wir haben halt noch eine Zeit vor uns, wo wir es noch einmal leben können und da zu schauen, was ist es, was ich da leben möchte und eben auch die Augenblicke zu genießen. Ich hoffe, dass dich das inspiriert hat, auf diese Träume, Leben noch einen weiteren Aspekt zu haben. Und dann danke dir für deine Zeit. Ich freue mich auf einen Kommentar. sehr, sehr gerne bei Instagram. Da findest du mich unter atpetroortzeg. Schau auch gerne bei Lemon Days vorbei. Du findest auch das in den Shownotes, wo du das findest. Wenn du noch mehr Artikel oder auch Podcasts zu diesem Thema dir anhören oder eben leben, lesen möchtest, dann wie gesagt, schön, dass du deine Zeit mit mir hier bei Menukul teilst. und bestimmt hast du den Podcast auch schon abonniert. Falls noch nicht, dann abonniere ihn am besten gleich, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe vom Zürichsee in der Schweiz. Deine Petra. Stay healthy, stay cool. Bis zum nächsten Mal.